Ich soll den Term dieser Sinusfunktion bestimmen und ich weiß, y ist a mal Sinus, Klammer auf b mal x minus c plus d. Das ist so die allgemeine Sinusfunktion und die Frage ist, was ist a, was ist b, was ist c, was ist d, damit das Ding genau so ausschaut, wie dieses Ding hier ausschaut. Und was ich jetzt zuerst mache, ist immer, also das leichteste zuerst, ich schaue mir an, wo wackelt der Sinus rund um und das ist hier dieser Wert. Der wackelt um minus 2 und deswegen habe ich hier schon mein d, das ist minus 2. Ich habe also einen Sinus, der einfach um 2 Meter nach unten verschoben ist. Der nächste Wert ist, er geht von diesem Nullwert, geht er hoch, 4 rauf, 4 runter, 4 rauf, 4 runter. Okay, machen wir auch wieder, sonst wird es zu viel, ein bisschen weg, genau. Und dieser 4er, das ist da vorne, 4 mal Sinusfun und das finde ich jetzt alles nicht so schlimm. Also hier die Amplitude sind 4 und dann um minus 2 nach unten verschoben. Als nächstes schaue ich mir b an, also dieses b, das ist die Periodendauer. Und dazu gehen wir mal ein bisschen näher ran, wie groß ist jetzt die Periodendauer. Der, ne, malen wir erstmal, das hilft ganz, erstmal ein Standard-Sinus. Das sollte einfach schnell gehen. So, zack, zack, das ist der Standard-Sinus, der ist hier bei 2Pi, das ist einmal durch und 1 und minus 1 und x und y, fertig. Also die normale Periodendauer ist beim Standard-Sinus, wenn der Standard-Sinus, wenn ich hier bei 2Pi durch bin. Und jetzt der hier, der schaut schon verdächtig aus. Ich habe hier, ich starte ganz brav bei 0 minus 2. Ich bin hier einmal durch bei ein bisschen über 2, leider eine krumme Zahl. Bin hier bei ein bisschen über 4 das zweite Mal durch. Bin jetzt hier das dritte Mal durch, ein bisschen über 6. Aber jetzt habe ich den Verdacht, ja, das ist so ungefähr 6,3, dass das hier 2Pi ist. Also ich weiß ja, Pi ist ungefähr 3,141592 und so weiter. Und dann weiß ich, 2Pi ist ungefähr, ja, so 6,3 und das könnte genau das sein. Also der, der die Aufgabe gestellt hat, hat wahrscheinlich gesagt, 3 Mal durch sind 2Pi. Und eben nicht, so wie beim Standard-Sinus, ja, der ist bei 2Pi, ja, geht der einmal durch. Das heißt, ich habe 1, 2, 3, so ist das Blaue da oben. Und jetzt könnte ich einfach sagen, B gleich 3 ist. Dreimal so schnell, also 3x. Wer sich da unsicher ist, dieses B ist immer 2Pi durch die Periodendauer. Periodendauer. Also in unserem Fall, die Periodendauer ist ja ein Drittel von 2Pi. Also wir haben hier, ist gleich 2Pi und im Bruch unten steht, ein Drittel mal 2Pi. Ja, das ist hier dieses, ein Drittel von den 2Pi. Und wenn ich das ausrechne, ja, wäre ein Doppelbruch beherrscht, kann es im Kopf und sonst, Taschenrechnung ist schon peinlich, aber okay. Dann kommt hier der B gleich 3 raus. Und das, was man auch hier schon vermutet hat. Also B ist in jedem Fall 3. Und die Formel, hier, die da, diese Formel, die, die hilft, wenn es irgendwie kompliziert wird. 2Pi durch die Periodendauer ist mein B. So, und jetzt, genau, jetzt habe ich mein B gleich 3. Hier, das Grün vielleicht, ja, 3 mal, und jetzt hier ein, nein, x minus. Und das C, das ist die Rechts-Links-Verschiebung. Dieser, also, äh, wieder, wieder ganz anschaulich. Ähm, der normale Sinus, so, der geht immer, startet hier so bei 0 und geht hier durch. Das ist 2Pi. Und wenn der das nicht tut, wenn da hier eine Verschiebung drin ist, dann habe ich, das ist dann mein C. Und das habe ich aber in diesem Fall nicht. In diesem Fall stecken schon so viele Gemeinheiten drin. Äh, das beginnt ganz normal hier in diesem, zwar verschobenen Wert, um Minus 2 nach unten verschobenen Wert, aber dort beginnt es. Und deswegen habe ich, weiß ich, dass C gleich 0 ist. So, welche Farbe haben wir noch? Rot. Ja, C gleich 0, weil ich hier den Startwert habe. Ich müsste für C gleich, ja, wenn C gleich 1 wäre, dann, dann wird alles hier sich so verschieben und dann ging es hier so. Alles, alles um 1 Meter rüber, komplett alles. Ja, dann wäre C gleich 1, ist aber nicht. Also, 0. Zack. 0 gewonnen, das ist hier die Lösung. 0 gewonnen, das ist hier die Lösung.